Yo, meine Freunde, Gernbrus hier. Heute mal wieder mit einer erneuten Folge von Beast Boy Top 5 COD Clips. Et nicht mehr wieder nach ungefähr 4 Monaten eine neue Folge. Heute habe ich nur Trickshots am Start. Richtig, richtig geile Trickshots. Gönnt euch das und ich würde mal sagen, wir fangen auch direkt mal an. Denn der allererste Clip ist ein Double Tap zur Shotgun Across the Map Tomahawk. Und er trifft den auf der Map Career. Richtig krass. Sowas muss man erstmal treffen. Also ich habe sowas noch nie getroffen. Auf jeden Fall noch zum Trickshot. Richtig geil erspielt worden. Aber ihr wisst ja, das kann man auf jeden Fall toppen. Denn auf Platz 4 ist der Modern Warfare 2 Intervention Clip. Hier oben auf der Rail. Ich fand diesen Flip am Anfang schon mal richtig geil. Aber 3,5 Umdrehungen hat er gemacht. 1.260 Grad Umdrehungen, Grad Armenakäum und hat den Gegner weggesnackt. Keine Ahnung, wo der war. Vielleicht kann man das irgendwie in der Zeitlupe hier sehen. Ich habe den nicht mal gesehen, nicht mal gerochen, Armenakäum. Auf jeden Fall richtig krass an den Spieler. Sowas habe ich selber noch nie, noch nie gehittet. Respekt dafür. Aber Leute, aber. Beim nächsten Clip fand ich wirklich diesen Spot hier oben ziemlich geil. Also hier oben auf dieser Palme wie so ein Hafen. Sehr ganz chillt der hier drauf. Ist an sich nicht so besonders, aber ist ziemlich nice und clean ausgeführt worden. Hier vor allem die ganzen Leute mit ihren Rocket Launchers am Trickshotten. Trickshotten. Ich fand den ziemlich nice. Weiß man nie dazu. Aber auf jeden Fall, das kann man toppen. Denn Platz Nummer 2. Passt auf Leute. Ihr habt sicherlich gesehen, wo der Typ war. Er war hinten am Fenster. Wie so eine Mistgeburt am Chillen. Er hat drei Umdrehungen gemacht und hittet ihn eiskalt. Sowas muss man erstmal hitten, Alter. Sowas ist ziemlich, ziemlich heftig. Dass so welche Leute nicht mal ein Face spielen, Alter. Respekt. Aber. Jetzt habe ich schon zum hundertsten Mal aber gesagt. Jetzt sind wir endlich zu Beast Boy angelangt. Endlich zu Beast Boy der heutigen Folge. Der wirklich das größte Biest, was es gibt. Sechs verfickte Umdrehungen Leather Stall. Und ich habe keine Ahnung, wie man diesen Trickshot nennt, weil es Advanced Warfare ist. Keine Ahnung. Dann hantiert er da mit seinem komischen Schild rum. Richtig unnormal ausgeführt. Respekt dafür für Platz 1. Hätte niemand anders toppen können. Nicht mehr Gott persönlich. Richtig krass, Leute. Versucht das erstmal zu toppen, bevor jetzt Leute sagen, das kann ich mit meinem dritten Bein auch oder sonstiges. Also ich fand es wirklich hammergeil. Vor allem mit Awards Warfare. Auf jeden Fall, wenn ihr andere Meinung seid, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Wenn ihr mir Clips einsenden wollt, Link dazu in der Beschreibung. Und ich würde mal sagen, ja Leute, haut rein. bis mate послед sabrin. Und ich werde hier neben ihnen gehört, geh ging nach oben rein. Bis zum nächsten Mal, forbindert dieses parkens. Und trotzdem auf jeden Fall, Gabig informas提 man das. Tschüss. 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 Tak-. kam Dwight. Tschüss. whose zien. Justine. Bis zum nächsten Mal.